Siemens bietet Lösungen von der Energieerzeugung bis zum Verbraucher. Im Bereich Energieübertragung schreiben die gasisolierten Hoch- und Höchstspannungsschaltanlagen von Siemens seit über 40 Jahren Erfolgsgeschichte. Wie kann man im Schaltanlagenbetrieb von über 40 Jahren Erfahrung profitieren? Gasisolierte Schaltanlagen von Siemens sind die richtige Lösung für alle Schaltaufgaben bis zu 550 kV und 63 kA. So tragen Sie seit Jahrzehnten weltweit zuverlässig zu einer sicheren Stromversorgung bei. Die erste gasisolierte Schaltanlage des Typs 8D wurde 1968 in Berlin in Betrieb genommen. Sie arbeitet bis heute zur vollen Zufriedenheit des Kunden. Wie kann man jedes individuelle Anlagenkonzept verwirklichen? Siemens 8D in 8 Schaltanlagen sind überaus kompakt, modular und daher flexibel im Aufbau. Das macht sie besonders vielseitig einsetzbar. Flexible Anordnungsmöglichkeiten garantieren alle Schaltungsvarianten nach Kundenwunsch. Besonders kompakte und durchdachte Lösungen sind beim Aufbau möglich, im Einzel- und Doppelsammelschienenaufbau als auch bei der 1,5-Leistungsschalter-Methode. Auch Ausführungen mit Ringsammelschiene bestechen durch ihren besonders geringen Platzbedarf. Wo überall kann man eine 8D in 8 Schaltanlage installieren? Die geringe Geräuschentwicklung und die extrem niedrige Feldemission ermöglichen den Einsatz von 8D in 8 Schaltanlagen auch in sensiblen Umgebungen wie Wohngebieten und Innenstadtbereichen. Auch für Freiluftinstallationen sind 8D in 8 Schaltanlagen bestens geeignet. Unempfindlich gegen äußere Einflüsse trotzen sie Wind und Wetter, Erdbeben und anspruchsvollen klimatischen Bedingungen überall auf der Welt. Was leistet eine 8D in 8 Schaltanlage in puncto Umweltfreundlichkeit? Auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugen 8D in 8 Schaltanlagen voll und ganz. Konstruktion, Montage, Verpackung, Transport – das gesamte Anlagenkonzept ist ressourcenschonend nach ökologischen Gesichtspunkten optimiert. So passen mehrere Schaltfelder beim Versenden gemeinsam in einen geschlossenen Standardcontainer und auf einen normalen LKW, ohne die sonst übliche Holzverpackung. Die strengen Normen weit übertreffend ist die 8D in 8 in höchstem Maße gasdicht, nachgewiesen und typgeprüft. Durch die hohe Energieeffizienz über den gesamten Lebenszyklus, von der Fertigung über die Inbetriebnahme bis hin zum Recycling, erreicht die Schaltanlage 8D in 8 eine herausragende Umweltbilanz. Wie zuverlässig ist die Technik einer 8D in 8 Schaltanlage? Das Herz der gasisolierten Schaltanlage ist der Leistungsschalterbaustein mit der Unterbrechereinheit. Er arbeitet nach dem bewährten Selbstkompressionsprinzip und ist für einen Kurzschluss-Ausschaltstrom von 40 kA ausgelegt. Ein kompakter, robuster und zuverlässiger Federspeicherantrieb liefert die Kraft zum Ein- und Ausschalten des Leistungsschalters. Das Konstruktionsprinzip stellt sicher, dass der Leistungsschalter auch ohne Hilfsenergie immer sicher ausgeschaltet wird. Der Antrieb ist von den Gasräumen vollständig getrennt in einem korrosionsfreien Aluminiumgehäuse untergebracht. Die Funktionen von Trenn- und Erdungsschalter werden im sogenannten Dreistellungsgerät kombiniert. Ein beweglicher Schaltstift schließt entweder die Trennstrecke oder stellt Erdkontakt her. Die Konstruktion erlaubt eine natürliche Verriegelung beider Funktionen gegeneinander. In der dritten neutralen Stellung sind weder der Trenner noch der Erdkontakt geschlossen. Als einschaltfester Schnellerder kommt ein sogenannter Stifterdungsschalter zum Einsatz. Der auf Erdpotential liegende Schaltstift wird bei Auslösung des Erders schlagartig in den tultenförmigen Gegenkontakt eingefahren und sorgt so für eine zuverlässige Erdung. Der Schnellerder ist mit einem kräftigen, über einen Elektromotor gespannten Federsprungantrieb ausgerüstet. Wie zügig kann eine 8D in 8 in Betrieb gehen? Das kompakte Design zahlt sich auch bei Transport und Inbetriebnahme aus. Auf Wunsch können komplett vormontierte Schaltfelder sogar im Zweifeldverbund versandt werden. Das spart Zeit bei der Montage vor Ort. Alle Schaltfelder sind selbstverständlich komplett werkseitig geprüft und weitestgehend mit SF6 Gas vorgefüllt. Selbst auf kleinstem Raum überzeugen 8D in 8 Schaltanlagen durch einfache und schnelle Montage und Inbetriebnahme. Wie bedienerfreundlich kann so eine kompakte Anlage eigentlich sein? 8D in 8 Schaltanlagen sind rundum optimiert für einfache Bedienbarkeit und problemlosen Zugang. Das sichert einen komfortablen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. Das Bedienpersonal kann schnell überblicken, dass die Anlage störungsfrei läuft. Weltweit sind über 8.000 8D in 8 Schaltfelder in Betrieb. Und in jeder einzelnen steckt die geballte Erfahrung aus insgesamt über 128.000 Feldbetriebsjahren. Die Fehlerrate der 8D in 8 ist dabei mehr als 10 mal geringer als der weltweite Durchschnitt für vergleichbare Anlagen. Diese überzeugenden Zahlen geben Sicherheit. Die 8D in 8 ist eine der zuverlässigsten Schaltanlagen. Echte Lösungen. Bleibende Werte. Genau dafür stehen 8D in 8 Schaltanlagen.